Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute in diesem Video schreiben wir einen neuen schönen Brief für die B1-Prüfung Gast. Wir fangen sofort an. Viel Erfolg. Los geht's. Brief schreiben. Wir lesen jetzt die Aufgaben und die Punkte. Sie wohnen in einem Mietshaus und haben zurzeit Besuch von mehreren Verwandten. Es daher etwas laut. Schreiben Sie einen Brief an Ihre Nachbarn. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Erster Punkt. Grund für Ihr Schreiben. Zweiter Punkt. Wer Ihre Gäste sind. Punkt Nummer 3. Wie lange der Besuch bleibt. Und Punkt Nummer 4. Entschuldigung. Also, meine Freunde und Freundinnen, wir schreiben jetzt zusammen die Lösung. Nun schreiben wir Ort und Datum. Beispiel Berlin, den 20. September 2023. Liebe Nachbarn. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Verwandte seit zwei Tagen bei mir zu Hause sind, weil sie einen Urlaub bei mir machen wollten. Erster Punkt. Grund für Ihr Schreiben. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Verwandte seit zwei Tagen bei mir zu Hause sind, weil sie einen Urlaub bei mir machen wollten. Ich möchte mich bei Ihnen für den Lärm entschuldigen, deswegen schreibe ich Ihnen diesen Brief. Liebe Nachbarn. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Verwandte seit zwei Tagen bei mir zu Hause sind, weil sie einen Urlaub bei mir machen wollten. Ich möchte mich bei Ihnen für den Lärm entschuldigen, deswegen schreibe ich Ihnen diesen Brief. Ich möchte mich bei Ihnen für den Lärm entschuldigen, deswegen schreibe ich Ihnen diesen Brief. Dann haben wir unseren zweiten Punkt. Punkt Nummer zwei. Wer Ihre Gäste sind? Die Verwandten, die bei mir zu Hause sind, sind meine Schwester und ihre Kinder. Die Verwandten, die bei mir zu Hause sind, sind meine Schwester und ihre Kinder. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass Sie nur vier Tage bei mir bleiben möchten. Deshalb bitte ich Sie darum, mir zu verzeihen. Wie lange? Das war der Punkt, Nummer drei. Dann haben wir unseren vierten Punkt. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass Sie nur vier Tage bei mir bleiben möchten. Deshalb bitte ich Sie darum, deshalb bitte ich Sie darum, mir zu verzeihen. Das ist Punkt Nummer vier. Entschuldigung. Zum Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis. Oder Sie können schreiben, ich bedanke mich bei Ihnen in voraus für Ihr Verständnis. und zum Schluss herzliche Grüße. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis. Herzliche Grüße. Sie schreiben Ihr Vor- und Familiennamen. Das war die Lösung. Wir haben schon die alle Punkte geschrieben. Wir lesen zusammen komplette Lösung noch einmal. Die Lösung Liebe Nachbarn Ort und Datum Ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Verwandten seit zwei Tagen bei mir zu Hause sind, weil sie einen Urlaub bei mir machen wollten. Ich möchte mich bei Ihnen für den Lärm entschuldigen. Deswegen schreibe ich Ihnen diesen Brief. Die Verwandten, die bei mir zu Hause sind, sind meine Schwester und ihre Kinder. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass Sie nur vier Tage bei mir bleiben möchten. Deshalb bitte ich Sie, darum mir zu verzeihen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis. Herzliche Grüße. Sie schreiben Ihr Vor- und Familiennamen. Ich danke Euch. Viel Erfolg bei der Prüfung. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank.